Also ich würde schon sagen, ich bin ein großer Fan von ihm, ja, besonders von seinen, also von seinen Filmen. Hier mit dem, da wo er den Lehrer spielt, in dieser Problemschule mit diesen Problemschülern. Das hat mir schon gut gefallen, das habe ich mir gerne angeguckt. Diggi, kannst du mir den Chip? Ja, komm raus bitte. Ich sehe dich. Hallo. Hi, man kann dich sehen. Ah ja. Hast du einen Chip? Ich habe meinen Chip vergessen. Habe ich dabei, ja, habe ich immer dabei. Für den Notfall. Danke. Bitte. Hallo. Danke. Entschuldigung, Entschuldigung, dürfte ich vielleicht ein Foto mit Ihnen machen? Ja, komm, mach schnell. Mach schnell, bitte. Danke. Ich bin ich und Elias Mimwarek. Ich bin ich und Elias Mimwarek. Danke. Danke. Danke.